Mein Name ist Markus Scheiwiller, ich bin Spartenleiter von Elektronik und dem Outlet bei 45. Nachdem mir der Berufsberater gesagt hat, verkaufen er etwas für mich, ganz viele Kundenkontakte, die Lernenden konnten schon verkaufen im ersten Lehrjahr. Das ist eigentlich das, was ich will. Ich habe ursprünglich Radio TV Verkäufer gelernt, das war damals eine zweijährige Lehrerin. Für mich ganz klar das Highlight ist, wenn ein Kunde separat oder speziell mich verlangt hat, denn als Lernender gibt es ein gutes Gefühl. Nach der Lehre habe ich noch ein wenig auf dem Beruf weiter gearbeitet. Ich habe dann aber auch schnell gemerkt, dass ich etwas anderes sehen möchte. Ich möchte die Karrieremöglichkeiten nutzen, die man in der Migros hat, bis ich dann auch meine eigenen Filialen in unterschiedlichen Grössen hatte, bevor ich dann effektiv Spartenleiter von Elektronik geworden bin. Die Karriere generell als Lernender hatte ich sicher ganz andere Ideen. Ich wollte die Lehre fertig machen und was nachher passiert, hatte ich noch keine Ahnung. Ich gehe schwer davon aus, dass es den meisten lernen, dass es so geht. Da darf man auch noch andere Gedanken haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.